Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Hochwertige Erzeugnisse aus eigener Produktion bietet Ihnen der traditionelle Bauernhof von Familie Handen. Hier erhalten Sie erstklassige Fleisch- und Wurstspezialitäten nach überlieferten Rezepturen. Großen Wert legt man dabei auf die regionale Herkunft der Tiere. So bezieht die Landmetzgerei das Fleisch ausschließlich vom Schlachthof Tönes, der für besonders artgerechte Haltung bekannt ist. Sie sind noch auf der Suche nach einem Partyservice? Familie Handen kümmert sich mit frisch zubereiteten Speisen in Form eines Buffets oder Menüs gerne um die Kulinarik auf Ihrem Event. Ein weiteres Highlight ist das selbst kreierte Bier. Das Hildener Landbräu wird in der hauseigenen Brauerei hergestellt, direkt am Hof vertrieben und sogar an den Handel geliefert. Pure Entspannung finden Sie übrigens im Bauerncafé von Mai bis Oktober. Genießen Sie Kaffee- und Kuchenspezialitäten im schönen Biergarten. Familie Handen freut sich auf Ihr Kommen.